Musik Jo Moinsen, hier ist FALMAD und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Meeting 2 auf Deimos und zwar befinde ich mich hier gerade bei einem DT Run und ich möchte heute meine Giftschwerter abnehmen, hier habe ich einige jetzt, also 2 habe ich jetzt plus 6 und die anderen sind plus 4 und ich möchte heute 1 zumindest plus 9 schaffen, mal schauen ob das heute überhaupt was wird, ja ansonsten habe ich noch hier ja nicht so viel Krempel leider dabei, nur halt die kleinen Sachen jetzt hier, Phönixur, Himmelsdrehen, Rohringe und die 48er Schamirüstung, ja was ist noch zu sagen, meine Skills, Fingerschlag 1, Verzauberte Klinge P, Rüstung habe ich G3, Drachenwirbel habe ich M9, Furcht habe ich P und Zauber auf ihm habe ich auch 5 und zum EQ, Giftschwert, 40 TSS, gehört der Helm, 10 plus 7 muss ich noch switchen, genauso wie mein MPP plus 9 muss ich auch noch switchen, dann habe ich LKS plus 9, 12 Intelligenz, 20 Untote, Kristallarmband plus 9, 10 dB, 15 Magie, 2 KTP, Ebenholzohrringe, 20 Untote, 15 Pfeil, Goldhalskette 1,5 KTP, 10 Crit, Leinengürtel plus 9, Lederstiefel plus 9, wo die Lederstiefel muss ich auch noch switchen, da habe ich nur jetzt 2 KTP und 20 XP Bonus, ja und da habe ich mir hier noch jetzt mein Pad, der gibt uns jetzt einiges auch an Bonis, das war jetzt noch Level 3, ich habe ihn jetzt gerade neu. Okay, so jetzt appen wir erstmal unser Giftschwert und natürlich Fail, aber wir haben noch unseren zweiten plus 6, mal gucken ob der auf plus 7 klappt, gut plus 7 hat geklappt, Schauen wir mal plus 8. So Leute, ich habe jetzt einfach mal Bock drauf den Giftschwert auf meinen Waffenschmied zu appen, aber schauen ob es klappt, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Einfach mal Yolo Modus, weil, naja, schauen wir mal. Ach übrigens, hier ist dann unser Waffenschmied, wir haben noch hier den Himmelsdrehen Alchemist und ja. Schauen wir, schauen wir, schauen wir, vielleicht haben wir Glück, vielleicht nicht. Ich dreh durch an meinen Akrom, ich komme aus dem Knast an meinen Akrom.